Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chicky Boing und wir spielen Grey Goo Mission 3, der Steinbruch und wir springen direkt rein. Eingehende Übertragung. In den letzten Monaten wurde alles Katalyst der äußeren Felder für die Veredelung zum Steinbruch transportiert. Das raffinierte Katalyst wurde dann zum Versuchsgelände gebracht, um die Testreihe am Prototypen zu unterstützen. Nach dem gestrigen Angriff auf das Versuchsgelände begann das Team im Steinbruch damit, die Vorräte über das Terminal zur Summa umzuleiten. Das heißt, bis irgendetwas ihrer unterirdischen Anlagen angegriffen und alles auf der Oberfläche zum vollständigen Erliegen gebracht hat. Der Rest der Crew machte sich auf und davon, um seine Heimatsiedlungen zu unterstützen. Bei ihrem Aufbruch sahen sie die Ankunft eines Landes. Dieses Katalyst muss noch immer zur Summa gelangen. Wir können es uns nicht leisten, dass es dem Feind auch noch in die Hände fällt. Okay, auf zum Schlachtfeld. Aufgrund der heftigen Angriffe von allen Seiten muss die Summa schnellstmöglich aktiviert werden, bevor die Beta überrannt werden. Jedoch sind nach dem Ausbleiben des Katalystnachschubs im Zuge der Zerstörung des Versuchgeländes sämtliche Katalystvorkommen abgeschnitten oder zerstört. Saruk muss die Kontrolle über die Mine bei K-7-8 übernehmen und so viel Katalyst wie möglich sichern. Der Steinbruch. Gibt es da auch Einzelmissionen? So wie bei Starcraft, wo man als Einzelkämpfer oder wie bei Command & Conquer über die Karte huscht? Was ist denn hier los? Aran Saruk, die Minenarbeiter berichten, dass die automatischen Depotverteiler im Steinbruch noch immer funktionsschichtig sind. Sie verladen automatisch Katalyst in Kisten, solange man dort Raffinerien errichtet. Okay. Sobald drei Kisten gefüllt sind, können wir den Skycrane bestellen, um sie abzutransportieren. Wir müssen die Depotverteiler schützen. Alles klar. Seien Sie vorsichtig, Saruk. Beginne mit Konstruktion. Hier müssen wir sichern. Und hier müssen wir sichern. Raffinerie fertiggestellt. Und hier. Okay. Ich denke, unser Ziel sollte sein, den Feind zu vernichten. Extraktor fertiggestellt. Oh, wir können Fluggeräte herstellen. Das ist geil. Konstruktion läuft. Nächstes Erdbeben. Geologische Daten aus dem HQ zeigen, dass der rapide Abbau von Katalysten dafür verantwortlich ist, dass der Steinbruch in sich selbst zusammenfällt. Denken Sie daran, unsere Anlagen nach jedem Erdbeben zu reparieren. Okay. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyzt abtransportbereit machen können. Alles klar. Ich möchte hier eigentlich noch eine Raffinerie bauen. 800. Habe ich nicht. Ich brauche aber eine Raffinerie. Ich beginne mit Konstruktion. Mist. Ich verkaufe das mal wieder ganz schnell. Reparatur läuft. Wir brauchen Einheiten. Einheit in Produktion. Ich brauche hier einen Verteiler. Ist okay, weil Kuh und ich brauche hier einen Verteiler. Einheit bereit. Einheit in Produktion. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyzt abtransportbereit machen können. Ich bin dabei. Ist in Planung. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Kleiner Verteiler fertiggestellt. So. Kriege ich hier jetzt irgendwie mal ein bisschen mehr Sichtfeld. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Nicht wirklich, ne? Raffinerie fertiggestellt. Warum nicht? Muss ich hier den direkten Silo, ne, direkten Verteiler dran bauen? Einheit bereit. Beginne mit Konstruktion. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyzt abtransportbereit machen können. Ja, eigentlich möchte ich ja hier lieber die Basis zerstören. Reparatur-Pad oder Hangar? Ich will einen Hangar. Kleiner Verteiler fertiggestellt. Kleiner Verteiler fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. So, jetzt können wir hier ordentlich abbauen. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Beginne mit Konstruktion. Beginne mit Konstruktion. Ich will ein paar Silos dranhängen. Beginne mit Konstruktion. Extraktor fertiggestellt. Was brauchen wir für die... Ne, für die große Fabrik. Beliebiges Tech. Einfach irgendein Stuhl. Ein Hangar fertiggestellt. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Wer wird hier angegriffen? Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyzt abtransportbereit machen können. Silo fertiggestellt. Silo fertiggestellt. Ich brauche einen mittleren Verteiler. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr von allem. Das ist die perfekte Gelegenheit aufzumarschieren und die feindliche Basis zu zerstören. Genau. Wir geben jetzt hier Gas. Stratus Luftkläreinheit. Lufterweiterung. Wir brauchen die Lufterweiterung. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Beginne mit Konstruktion. Einheit in Produktion. Die Sensoren warnen vor einem bevorstehenden seismischen Ereignis. Okay. Wir werden dann wieder reparieren. Sobald... Beginne mit Konstruktion. Oh, hier ist das seismische Ereignis. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyst abtransportbereit machen können. Das war heftig. Wir müssen uns beeilen, bevor der gesamte Steinbruch einstürzt. Kümmern Sie sich um die Reparaturen an den beschädigten Anlagen. Alles klar. Insbesondere an den Depotverteilern. Alles ist repariert. Mauer wird angegriffen. Welche Mauer? Lufterweiterung fertiggestellt. Einheit bereit. Luftkampfeinheit. Einheit in Produktion. Luftbomber. Artillerie-Erweiterung. Verdammt. Können wir hier nicht bauen, ne? Dann reißen wir doch die Fabrik... Oh, wer sagt das? Dann reißen wir doch hier einfach die Fabrik ab und bauen dann die Lufterweiterung. Äh, Artillerie-Erweiterung. Einheit bereit. Oder? Ne. Lassen wir das. Wir bauen jetzt einfach hier nur eine Luftkampfeinheit noch dazu. Einheit in Produktion. Das ist mein Fliegevieh. Hier. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyst abtransportbereit machen können. Ich möchte mal wissen, wo die feindliche Basis ist. Verstanden. Bin unterwegs. Verstanden. Gehe jetzt. Hier. Einheit wird angegriffen. Cool. Das ist keine kleine Basis, würde ich mal sagen. Aber ist egal. Wir kämpfen uns da durch. Versuchen jetzt zumindest. Mauer wird angegriffen. Einheit bereit. Dafür müssen wir jetzt aber mal Gas geben. Und zwar brauchen wir den großen Verteiler. Beginne mit Konstruktion. Und wir brauchen mehr Ressourcen. Bereit für mehr. Wir müssen die Ressourcen sichern. Gehen wir hier hin. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyst abtransportbereit machen können. Oder hier hin. Für die Basis. Hier gehen wir hin. Einheit in Produktion. Einheit in Produktion. Ich brauche mehr Kommandoeinheiten. Einheit in Produktion. So, hier kommt jetzt ein mittlerer Verteiler hin. Mauer wird angegriffen. Beginne mit Konstruktion. Großer Verteiler fertiggestellt. So, hier kommt dran eine große Fabrik. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Beginne mit Konstruktion. Die Panzererweiterung. Einheit bereit. Auch noch eine große Fabrik dran. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyst abtransportbereit machen können. Aber noch Artillerie, okay. Beginne mit Konstruktion. Beginne Konjunktur-Tag-Upgrade. Warum ist denn hier alles kaputt? Vitterer Verteiler fertiggestellt. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Reparatur läuft. Panzerweiterung fertiggestellt. Raffinerie. Beginne mit Konstruktion. Beginne mit Konstruktion. Artillerieerweiterung fertiggestellt. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyst abtransportbereit machen. Ich glaube, ich mache mich schwerer, als es sein müsste. Aber für die Basis killen. Bestätigt. Legen wir los. Rücke vor. Extraktor fertiggestellt. Verstanden. Bin unterwegs. Verstanden. Gehe jetzt. Komm, los. Start. Sie scheinen sich auf die Gewinnung von Katalyst zu konzentrieren. Ja. Wenn wir sie nicht aufhalten, sitzen wir auf diesem Planeten fest. Wir werden sie aufhalten. So. Prädatoren. Einheit in Produktion. Bauen wir ganz viele Prädatoren. Und hier ganz viele Fußsoldaten. Einheit in Produktion. Ziel am Boden. Können wir eigentlich noch ein zweiter Raffinerie bauen? Mauer wird angegriffen. Beginne mit Konstruktion. Jawohl. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyst abtransportbereit machen können. Die Sensoren warnen vor einem bevorstehenden seismischen Ereignis. Alles klar. Sieben Sekunden noch. Raffinerie fertiggestellt. Ich warte nur auf das Kommando. Extraktor wird angegriffen. Ein weiteres Beben. Jetzt müssen wir hier reparieren. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Einheit bereit. Extraktor fertiggestellt. Hier alles gut. Reparatur läuft. Die Mauer reparieren. Reparatur läuft. Hier oben auch. Reparatur läuft. Und hier. Reparatur läuft. Sonst ist eigentlich alles gut. Reparatur läuft. So, meine Einheiten sind da. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyst abtransportbereitzen. Das ist für die Artillerie, denke ich. Leuchtfeuer Upgrade. Das ist für die Artillerie, denke ich. Klar. So, wie viel Kohle haben wir? Können wir noch weitere Prädatoren bauen? Einheit in Produktion. Konjunktur-Tech Upgrade abgeschlossen. Einheit in Produktion. 2 Minuten 40, okay. Das warten wir noch ab und dann greifen wir an. Schauen wir mal, wie wir weiter kommen. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyst abtransportbereit machen können. Ich schicke noch mal eine Aufklärungseinheit. Einheit in Produktion. Und nochmal drei Prädatoren und Stocker. Einheit in Produktion. Jetzt können wir hier noch bauen. Reparaturpads. Ne, brauchen wir alles nicht jetzt. Silos können wir gebrauchen. Beginne mit Konstruktion. Einheit bereit. Beginne mit Konstruktion. Beginne mit Konstruktion. Hier wird nichts produziert. Warum? Einheit in Produktion. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyst abtransportbereit machen können. Brandkatalyst Upgrade. Ach, hier kann ich auch nochmal forschen, oder was? Silo fertiggestellt. Silo fertiggestellt. Ach nee, das sind die Tech Upgrades an sich, ne? Okay. Einheit bereit. Silo fertiggestellt. Warum kann ich das nicht machen? Mauer wird angegriffen. Jetzt mal abchecken. Hier reparieren muss. Reparatur läuft. Einheit bereit. Ja, machen wir mal. Reparatur läuft. Boah, ich freue mich schon auf den Angriff. Bereit für mehr. Wir bauen einfach, einfach noch mehr. Immer mehr. Mauer wird angegriffen. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyst abtransportbereit machen können. So, auf geht's. Geladen und bereit. Ach nee, noch 18 Sekunden. Oh, je. Was gibt denn da zu sehen? Prima da. Flieg du einfach mal hier drüber. Oh, kaputt. Panzertag Upgrade abgeschlossen. Na endlich. Mauer wird angegriffen. Kannst du es nicht nochmal machen? Na gut, wir greifen an. Shift 1. Oh, noch mehr Einheiten. Wir nehmen alle mit. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalystabfang abbreit machen können. Dumm, 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 dumm. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten. Die Sensoren warnen vor einem bevorstehenden seismischen Ereignis. Ja, das warten wir noch ab, ne? Einheit wird angegriffen. Der greift nicht hier an. Ein weiteres Beben. Einheit in Produktion. Was macht er hier? Koordiniert, verstanden. So, das ist meiner, ne? Einheitsbereit. Okay. Brauche ich gerade nicht. Vorne drückt aus. Ich muss erst mal reparieren. Reparatur läuft. Einheitsbereit. Reparatur läuft. Reparatur läuft. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Sonst fliegt mir hier alles um Ohr. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalystabtransport bereit machen können. Reparatur läuft. Mauer wird angegriffen. So, auf geht's. Gruppenbefehle verstanden. Suche nach Feinden. Koordiniere Gruppe. Verstanden. Hast viel erfasst. Fertig. Einheit wird angegriffen. Ziel am Boden. Ich bin am Ende. Boah, die zähmieren mich hier aber. Keine Gesicht. Einheit. Genau. Ich gebe Deckung. Einheiten zusammen. Verstanden. Leid zur Unterstützung. Reifen an. Ja, ist ja gut. Okay, Brunzieht zwei Sachen noch nicht mehr. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalystabtransport bereit machen können. So, ich glaube wir greifen von hier aus an. Verstanden. Werde Unterstützung geben. Wir brauchen Einheiten Nachschub. Ganz klar. Einheit wird angegriffen. Einheit in Produktion. Gehen wir auf die Jagd. Auch die zu viele Alteberieeinhaltungen. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalystabtransport bereit machen können. Einheit bereit. Oh, das wird knapp. Leichte Beute. Einheit wird angegriffen. Wobei ich denke, mit der zweiten Welle wollten wir das geschafft haben. So, ihr produziert auch noch ein paar Einheiten. Einheit in Produktion. Kohle haben wir genug. Einheit in Produktion. Wo ist denn mein anderer Warbird? Ist er tot? Ich nehme mal an, schonen. Naja. Hier müssen wir reparieren. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Reparatur läuft. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalystabtransport bereit machen können. So, wir müssen angreifen. Da führt kein Weg dran vorbei. Was können wir noch bauen? Wo ist denn hier unser Warbird? Einheit bereit. Warbird ist klar. Ich warte auf Sie. Manövriere. Unterwegs. Warbird hat Rektor. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Und was jetzt? Bestätigt im Flug. Warbird fliegt rein. Macht aber nicht viel Schaden, ne? Einheit bereit. Wohin soll ich gehen? Bewegung. Bereit. Na kommt, Jungs. Mauer wird angegriffen. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort. Wiederholt sich ziemlich oft. Kann das sein? Bereit machen können. Antreten. Ausrücken. Wir haben wieder zu viel Kohle und produzieren nichts. Einheit in Produktion. Einheit in Produktion. Einheit in Produktion. Die Sensoren warnen vor einem bevorstehenden seismischen Ereignis. Mittlerer Verteiler. Beginne mit Konstruktion. Bauen wir da mal Silos dran. Beginne mit Konstruktion. Beginne mit Konstruktion. Ein weiteres Beben. Boah, Mist. Das war aber heftig, das Beben. Mist. Reparatur läuft. Einheit bereit. Einheit in Produktion. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyst abtransportbereit machen können. Hm. Da hat es mir meine Anlage, meine Basis zerrissen. Reparatur läuft. Reparatur läuft. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Reparatur läuft. Na gut. Auf geht's. Fertig. Antreten und ausrücken. Predatoren auf der Jagd. Leiste Unterstützung. Predatoren los. Einheit bereit. Truppe gerade an. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit wird angegriffen. Einheit in Produktion. In dem Bereich gibt es drei Containerdepots. Verbinden Sie unsere Raffinerien dort, damit wir das Katalyst abtransportbereit machen können. Drücke weiter vor. Das steht noch an 3. So, ihr habt keinen Strom mehr. Und der Kern ist gleich geschickt. Ich bin beträgt. Einheit bereit. So, das war dann die Basis. Einheit wird angegriffen. Was für ein Problem, Kollege? Feuer wird angegriffen. Leise der Beute. So zählt das noch nicht als Basis zerstört? Wir rücken vor. Rücken und angreifen. Einreif wird angegriffen. Verliska, Rudowin. Antreten, ausrücken. Der Schatz. Gruppe greift an. Der Fall ist besiegt und wir haben es geschafft. Fakt alles ein, damit wir Bericht erstatten können. Coole Mission. Operation erfolgreich. Das war's. 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 LDB- Violet. Das war's. Das war's. Das sind Menschen. Das war klar, typisch Mensch. Wer auch immer ihr seid, ihr werdet unsere Zukunft nicht zerstören. Oh, ach du Scheiße. Hm. Es bleibt spannend. So, leider haben wir den zweiten Bonus nicht, aber okay. Wir kehren zurück zur Kompanienkarte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Zwischensequenzen sind der absolute Hammer. Wirklich sehr hochwertig. Und wir wissen jetzt, es sind die Menschen. Die Menschen sind der Gegner. Hm, das wird noch spannend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, dann gebt mir ein Däumchen nach oben. Und ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Einen schönen, gute Nacht und einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.